Was ist das? Die Liebe ist das. Aha. Es ist normalerweise schon so, dass wenn wir so ein paar Lieder gespielt haben in Österreich, also so vier Lieder oder so, fünf, ist das Publikum, wir sind eigentlich in Österreich, stimmt, ja. Aber das Publikum haben wir dann schon erreicht immer. Gibt es normalerweise erhebliche Reaktionen? Ja, der Funk ist übergesprungen, alle glauben. Also wir wissen alle, dass was Besonderes ist, wir sind an einem Platz, gemeinsam und so Sachen, also so. Aber das können wir eigentlich nochmal auch probieren, vielleicht. Ja, vielleicht probierst du einmal und ich sag das mal. Unser nächstes Thema ist eigentlich unser Lieblingsthema seit jeher. Wir beschäftigen uns am liebsten mit dem Thema. Es ist die Liebe. Vielen, vielen Dank für Ihre Spontanität. Vielen Dank. Danke. Ich finde es schön, dass wir heute zusammen sind. Ich finde es schön, dass wir heute zusammen sind. Es gibt kein Zeitpunkt, kein Raum, kein Andergrund. Und im Moment auch nur den Mund. Gelass den Tag auf Hochverstreichen. Das Frühstück, das Frühstück, das Frühstück, das Frühstück, diese Mann geht nicht allein. Nur immer schön, dass wir heute zusammen sind. Die Sonne, 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 die Es wird bei mir umsohn. Gelost den Dock auf hochverstreichen. Der Sonntag hat es nur für uns. Geh über Ruhe und Blase schleffen. Vollstück ans Blick bei mir umsohn. Gelost den Dock auf hochverstreichen. Der Sonntag hat es nur für uns. Geh über Ruhe und Blase schleffen. Frühstück ans Blick bei mir umsohn. 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 Untertitelung. BR 2018 Benio Marzell, meine Damen und Herren aus Voraubergen, wahrer Liebesberater, ein wahrer Liebesberater. Er weiß, was die Liebe ist. Ja, wirklich.